Ich stehe hier jetzt mit Ivan Milajevic vom SV Vellkirchen, frisch zu uns gewechselt. Willkommen beim GRK, Ivan. Hast du dich gut eingelebt? Ja, also heute war das erste Training bei sehr großer Hitze, aber es hat gepasst, ja. Wir machen jetzt mit dir so einen kleinen Aufnahmetest sozusagen, ob du fit für die Landesliga bist und wir haben fünf Begriffe für dich rausgesucht. Der erste wäre GRK. Was fällt dir dazu hin? Ja, GRK hat einen super Neubeginn eigentlich gestartet nach dem Ganzen, was war in der Vergangenheit und sind sehr ambitioniert, bringen sehr viel Professionalität in Amateurfußball und ja, ich bin froh, dass ich jetzt da gegen kann. Das nächste Wort ist Sturm Graz. Stadttrivale. Dann haben wir Urlaub. War ich schon, vor zwei Wochen. Landesliga? Ist, glaube ich, nicht nur für den GRK jetzt eine neue Herausforderung, sondern auch für mich. Ich habe einmal mit Deutschlandsberg habe ich reinschnuppern dürfen, aber ja, jetzt ist eigentlich erst das erste Mal, dass ich so richtig in der Landesliga Fuß fassen kann. Und der letzte Begriff ist persönliche Ziele? Ja, ich will Stammspieler werden in der Mannschaft, dass ich da wirklich immer fix gesetzt bin und natürlich so weit wie möglich zu kommen in den nächsten Jahren mit dem GRK hoffentlich. Werden wir sehen und wir wünschen dir viel Erfolg beim GRK.